Detail davor, wo man nicht mehr frei durch die Stadt fahren konnte, sondern wo man noch immer so quasi gebunden war. Wo man nur immer Renns fahren konnte. Also quasi das erste Need for Speed und das für Gamecube damals. Ja, ich bin kein Playstation-Zocker. Also früher war es ja immer Playstation oder Nintendo. Da war ich der Nintendo-Franboy und das hat sich bislang noch nicht geändert. Ich habe immer auch lieber eine Nintendo hier als eine Playstation, weil ich einfach die Mario-Spiele viel mehr mag. Ich habe immer noch nicht geändert.